Ihr habt einen reglerischen Schlafsahn erobert. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengehoben habt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kärtner. Macht das Dungeon Herz kaputt und dann ist schon mal das erste Problem weg. Mein Sohn, dein Bruder, tot? Ich schwöre, sein Wörter wird dafür büßen und unser Verlust wird mit seinem Blut gerecht werden. Ihr erbeutet ein Portal. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Ihr erbeutet einen Kerker. So. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Das gehört jetzt alles uns. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Ihr erbeutet eine Hühnerfahrt. Ihr erbeutet einen Wachraum. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Ja, so ist sie ruhig. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Mhm, sehr schön. So, ich denke mal, ich mache das etwas schneller. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Kraten stiegelt. Jetzt setze ich mal alle hier beim Essen ab. Los, fest mal, Jungs. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angenockt, wie sie können. Ja, wie viele kann ich... Okay, mit drei Portalen kann ich 25 Geschöpfe besitzen. Hier kann ich keine Feuersbrunst legen, leider. Ich könnte mich aber von hier schon mal darauf ausbauen und diese Kanonenbarrikaden zerstören. Ja, eine gute Vorarbeit. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Teufler, Geld holen. So. Bereiten wir schon mal den anderen Einfall vor, würde ich sagen. So. Hier mal kurz vorsichtig sein. Euer Casino ist zu klein. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Es ist Zahltag. Ah, eiserne Jungfrau, Geld. So. Und ich würde mal sagen, die Wachräume hier reiße ich ab. Und die beiden Elfen opfere ich einfach. Die Götter gönnen euch einen Zauberer. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Was passiert, wenn ich zwei Teufel war? Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Schade nix. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter gönnen euch einen Schurken. Super, drei Skelette ergeben einen Schurken. Nun gut. Na gut, ihr könnt auch hier unten trainieren. So ist es nicht. Da muss ich aber meine... doch etwas größer machen. Meine Arena, dass ich so viele Salamander auf einmal trainieren kann. So, sehr schön. Meine Magie und Skelette sind mit Beeten beschäftigt. Mein Vampir auch. So, als nächstes müssen wir nur noch hier reingraben. Und dann zu ihm durchdringen. Dann würde ich mal sagen, haben wir auch ihn besiegt. Und dann fehlt nur noch... Wird eigentlich nur noch der... Unser Nemesis. Ja. Mir lag das Wort auf der Zunge. Schade, dass ich mir die nicht nach Stufen anzeigen lassen kann. Oder einfach... Naja, eigentlich einfach die, die nichts machen, gerade im Augenblick. Oder... Ja, genau. Das sind neun Stück, die nicht trainieren. So, eigentlich nicht. Du solltest trainieren. Und mein Dieb ist mutig. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Ich bin Nemesis nicht zu sehr... Provozieren, gerade. So. Wo bist du denn? Dich... Opfer ich. Wie viele Imps habe ich? Ich habe noch genug Imps. Um hier mal wieder weiter zu kragen. Ich habe ein Skelett, mit dem kann ich euch vertreiben. Und die Brücke hier reiße ich am besten auch gleich wieder ein. Die brauche ich nämlich jetzt gerade nicht mehr. So. Mögen die Salamander trainieren. Eigentlich geht es ja schneller, wenn ich alle Salamander gleich hier reinschmeiße. Und die in den Grabbuffet wegnehmen. Dass sie die Salamander so schnell wie möglich auch zu ihren Betten zurückschaffen. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Sehr schön, meine Salamander trainieren fleißig. Und da geht schon wieder die... Achso, die ist da oben. Das passt irgendwie... Das ist das Einzige, was irgendwie voll nicht ins Spiel reinpasst, finde ich. Du sollst nicht ständig beten. Und dir soll da auch nicht ständig beten. Wir haben jetzt nämlich schon sowieso volles Mana. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Sehr schön. Du wirst da auch gleich mal wieder hochgeheilt. Ihr könnt euch ausruhen. Was futtern. Einige von euch ruhen sich da drüben in ihren Betten aus. Und ich denke mal, dann können wir es auch hier wagen. Oh, er hat hier noch ein kleines Casino errichtet. Gut, dann denke ich mal, wagen wir hier... ...etwas. So, du bist auf der falschen Seite gelandet, warum auch immer. Und ihr alle hierher... ...Angriff. Toll, wieder Vampire. Habe ich die eisernen Jungfrauen schon? Hol ich sie auch mal her, alle. Fuck. Äh, falsch. So. Ich denke mal, das war es auch so gut wie mit diesem Gegner. Ich prügelt ihn endlich tot. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Dies ist für wahr ein finsterer Tag. Ihr tötet die Söhne, die der Vater liebte. Nun ist meine Rache das einzige, was mir noch bleibt im Leben. Also bereitet euch darauf vor, auf schreckliche Weise zu sterben. Ich habe ja schon so Angst. Ihr erbeutet ein Portal. Ich habe schon solche Angst. Ihr habt einen gegnerischen Raum erledigt. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Ihr erbeutet eine Mannergruft.